Musik Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Übermorgen ist Weihnachten. Wir feiern den Geburtstag eines Königs. Jesus, ein König, der uns den Frieden ins Herz geschenkt hat. Es ist ein Fest des Friedens und das wünschen wir jedem Einzelnen. Hoffnung um 12 auch heute wieder. Wir wollen dich ermutigen. Ja, was schenkst du an Weihnachten? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Was schenkst du an Weihnachten? Eine Playstation, eine Flasche Wein, Süßigkeiten und so weiter. Ja, das ist bestimmt nicht schlecht, sowas zu verschenken. Aber möchtest du was Wertvolles verschenken? Du sagst vielleicht, ja, eine Playstation, du weißt gar nicht, was die kostet. Ja doch, die kostet eine Menge. Aber was Wertvolles? Ich glaube, sowas wie Liebe verschenken, Wertschätzung verschenken. Die Werte, die uns Jesus, der für uns geboren wurde, gegeben hat, in denen wir leben dürfen. Und Jesus kam nicht wegen unserer Geschenke. Er kam eigentlich, um dir ein Geschenk zu machen. Um mit dir eigentlich, ja, durchs ganze Leben gehen zu dürfen. In Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mit ihm gehen zu dürfen. Nicht nur die vier Wochen Advent, wo wir das sehr intensiv erleben. Nein, er möchte jeden Tag mit dir gehen. Auch die Tage, die nicht so schön sind. Er möchte seine Liebe dir schenken. Er möchte seine Hilfe dir schenken. Er möchte seine Rettung dir schenken. Und so vieles mehr. Lass dich wirklich von Jesus beschenken. Du sagst vielleicht, ich schenke so viel her und bekomme fast nichts. Und der eine hat es nicht mal bemerkt. Und dem hat er Danke gesagt und mir nicht mal die Kleinigkeit und so weiter. Ich sag dir, das große Geschenk bekommst du von Jesus. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du das große Geschenk für uns bist. Egal, was wir an Weihnachten bekommen oder auch nicht bekommen. Herr, danke, Herr. Herr, danke, Herr. Du bist größer denn jede Enttäuschung. Herr, danke, Herr, dass du der Grenzenlose bist. Nun lass uns dich auch erleben, Herr. Dieses Geschenk, Herr. Wir wollen es auspacken mit allem, was du uns geben möchtest. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen haben wir für den Sohn und seine Familie. Liebes Gebetsteam, nun habe ich ein Anliegen und bitte um Gebetsunterstützung für meinen Sohn. Untersuchungen beim Hausarzt ergaben bis jetzt kein Ergebnis. Körperlich scheint alles in Ordnung zu sein, aber es geht ihm sehr schlecht. Bitte betet für meinen Sohn und seine Familie. Gott kümmert sich um alle Bereiche unseres Lebens. Ja, und das ist wahr. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch diesen Sohn kennst und wo es ihm schlecht geht und seinen Zustand, seinen körperlichen Zustand. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du ihn durchströmst mit deiner Heilungskraft und dass er vollkommen wiederhergestellt wird in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diesem Sohn und über seiner ganzen Familie. Danke, Jesus, dass du auch da wirklich Frieden schenkst und Mut und Glauben. Danke, Jesus, dass du die ganze Familie stärkst. Danke, Jesus. Und eine Frau schreibt für ihren Verlobten. Hallo, mein Verlobter hatte einen schweren Herzinfarkt. Er liegt in der Klinik im künstlichen Koma und kämpft um sein Leben. Ich bitte um Gebet. Vielen Dank. Und Jesus, du kennst auch diesen Mann. Danke, dass du ihm begegnest, auch dort in seinem Koma. Danke, dass du ihn wiederherstellst und dass alle Organe wieder funktionieren. Danke, Jesus, dass dieses Herz wieder in Ordnung kommt und in den richtigen Rhythmus schlägt. Danke, Jesus, für ein stabiles Herz und dass du eingreifst und dass dein Heilungsstrom fließt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen ging bei uns ein. Liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet. Bin gestern schwer gestürzt. Kann meine linke Schulter nicht mehr hochheben. Auch das linke Knie macht Probleme. Bitte betet für mich. Vielen Dank. Ja, danke, Herr. Danke, Herr, für all die Schmerzen, die Probleme und, Herr, auch all das, Herr, was zerstört ist, was wehtut. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du der Herr bist, der jetzt da ganz nahe bist. Und, Herr, ich danke dir dafür, dass das nie wieder richtig gut, schnell heil wird. Danke von ganzem Herzen. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für einen Jungen. Er hat Leukämie und ist 14 Jahre alt. Er ist seit drei Monaten im Krankenhaus. Bitte um Gebet. Ja, kann man sich kaum vorstellen, so jung und Leukämie. Aber wir wollen das auch vor Gott bringen. Und Gott erhört Gebet. Danke, Herr. Danke, Herr, auch für diesen Jungen, der so jung ist, der Junge. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass du ihn wunderbar berührst. Du ström ihn mit deinem heilenden Blut, Herr, dieses Blut, das krank ist, das durcheinander gekommen ist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass diese Leukämie weichen muss. Herr, wir bitten es. Vater im Himmel, wir bitten es. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und viele Menschen dürfen auch Gottes Eingreifen erleben. Und das ist so wunderbar, was Gott tut. Und ein Zeugnis, als wir in Essen einen Gottesdienst hatten. Es war ein herrlicher Tag. Danke. Ich merkte tatsächlich beim Bibellesen, dass ich viel besser und gut lesen kann. Gott ist wunderbar. Ich danke Gott und Ihnen für die Gebete. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau, die Folgendes erlebt hat. Ich habe mich schon mehrfach in diesem Jahr an euch für Gebetsunterstützung gewandt. Nach einem Sturz auf dem Eis hatte ich große Rückenschmerzen und sollte nach Untersuchungen durch Ärzte ein Korsett tragen. Ich hatte keinen Frieden darüber und sagte alles im Vertrauen auf göttliche Hilfe ab und kaufte mir dann ein gewöhnliches Rückenstützband. Eines frühen Morgens erwachte ich wieder mit Rückenschmerzen und schrie zum Herrn. Ich hatte den Eindruck, dass ich aus dem Bücherbord ein gewisses schmales Bändchen herausziehen sollte. Es war Jesus heilt gerne von Christoph Hesselbart. Ich las, dass wir kühn bitten und in Existenz rufen sollen, was nicht ist, dass es sei. Ich beschloss dies zu tun und der Herr hat mich fast gänzlich geheilt. Dazu hat auch ihr inständiges Gebet beigetragen. Ich bin so dankbar und danke auch Ihnen für die treuen Gebetsdienste. Ja, es ist wunderbar, wie Gott doch eingreift. Und aus Argentinien erhielten wir diese Gebetserhöhung. Eine Geschwulst verschwand. Am 6. September hatten wir um Gebetshilfe für unsere Tochter. Sie hatte einen Geschwulst an der rechten Backe. Nichts wollte helfen und der Zahnarzt wusste keine Ursache. Nachdem wir euch geschrieben hatten, war die Geschwulst plötzlich weg. Das war eine wunderbare Gebetserhöhung dank dem Herrn. Ja, es ist schön, wenn da plötzlich eine Geschwulst verschwindet. Gewonnenes Gerichtsverfahren ist die nächste Gebetserhöhung. Da schreibt jemand, heute möchte ich mich besonders bedanken für eure Gebete für meinen Sohn, der ein Gerichtsverfahren hatte. Jetzt ist es nach zwei Jahren endlich vorbei und mein Sohn hat den Sieg erhalten. Gott sei Dank. Ja, auch Jesus streitet für uns. Wie wunderbar, wieder diese Erhörungen zu lesen. Und du sagst vielleicht, ja, ja, ich muss auch hinschreiben. Ganz, ganz gerne darfst du schreiben. Aber nenn uns auch die Erfolge, wo du sagst, ich habe Gott erlebt. Er hat mir geholfen. Lass es uns wissen. Die Nummer und die Verbindung ist eingeblendet. Ja, was verschenkst du? Du kannst was verschenken, das kein Geld kostet und viel wertvoller ist. Verschenke an Weihnachten Liebe. Lass dich volltanken mit Gottes Liebe und verschenke Liebe. Du wirst sehen, das ist das beste Geschenk, das du schenken kannst. Ja, lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wenn wir für dich beten sollen, wir tun das gerne. Und die Infos sind eingeblendet. Ja, heute die Information über die Weihnachtszeit und die Winterzeit möchten wir nur eine Sendung machen, weil wir sind nicht ganz vollzählig in dieser Zeit. Und das heißt, wir sind immer mittwochs für dich da, mit Hoffnung um zwölf, freitags nicht. 1. Januar wieder zwei Sendungen pro Woche. Aber wir haben was ganz, ganz Besonderes für dich. Nächsten Freitag, den 24. Dezember um 16 Uhr wiederholen wir auf YouTube unsere Weihnachtsfeier vom letzten Sonntag. Die war so schön, so wunderbare Beiträge, Vorträge. Es war einfach genial. Lass es dir nicht entgehen. Nächsten Freitag, also 24. Dezember, Heiligabend um 16 Uhr über YouTube auf unserem Kanal. Und wenn du sagst, ach ja, da muss die Gans aus dem Ofen oder was auch immer. Die Sendung bleibt einen Tag stehen. Also du kannst sie auch im Nachhinein noch anschauen. Ja, und das lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Und wir verabschieden uns und wünschen dir ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Alles Gute, der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei. Schau doch mal vorbei.